Leute, was meint ihr, warum studieren manche Menschen? Ich meine, wenn ein Mensch sein Studium abgeschossen hat und beruflich den Weg geht, den er studiert hat, dann wird er wahrscheinlich sein Leben lang fast immer Gewinner sein. Er arbeitet mit Leuten. Die Studenten, die ausgedient haben, ihre ganzen Semester geschafft haben, Studium absolviert haben, gut. Zum Beispiel Jura, 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 Jura. Was kann man anfangen mit Jura? Kann man Jura studieren. Wenn man Jura studiert, dann gewinnt man immer nur. Dann macht man eine Menge Kohle und arbeitet mit Menschen. Dann gibt es Personen, die sich anfechten, zum Beispiel Richter und Anwalt. Die haben ja beide Jura studiert. Aber es ist nicht so, dass er besser unbedingt gewinnt. Beide sind gut, Richter ist gut, Argumente klar erzählen die Argumente von Richter, von Anwalt auch. Im Endeffekt bist du immer der Gewinner. Der Autonomalverbraucher, der Junge, der nicht studiert hat, der den normalen, kräftigen Weg gehen muss, wo er verstärker sein muss, ja, außer doch auf dem Arzt zu sitzen und irgendwelche Töne zu schieben und irgendwelche Sachen zu schreiben, ja. Dann bist du gleich unten in der Falle und läufst du gleich auch in der Falle, ja. Und die Falle schnappt zu und zack haben sie einander angel, ja. Und dann verlierst du wieder als kleiner, als der kleine Mann verlierst du, ja. Ja, und vielleicht musst du in den Knast, man verdient einen Haufen Kohle an dir, ja. Richter verdienen viel Geld, Anwälte verdienen viel Geld, ja. Und die schieben die Person einfach durch. Tschuck, 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 nach Fließplanprinzip. Nur warum durch? Geht der eine in den Knast, kommt der andere raus, geht der eine in den Knast, kommt der andere raus, Fließplanprinzip, ja. Dann Bewährung, andere Strafen, ja, Familiengericht, dies, und da ist ja alles mit eingebaut, ja. Du entscheidest nicht selber, das entscheiden alles andere über dich, ja. Und zwar Leute, die studiert haben, ja. Du hast keine eigene Entscheidungskraft. Nur weil du nicht studiert hast, hast du keine Entscheidungskraft, ja. Bist du keine Entscheidungskraft über dich selbst, ja. Erstmal bist du zu Bützeln studieren als Normalverbraucher, als, äh, als ein Mensch der dümmeren Gesellschaft, ja. Bist du nicht in der Lage gewesen zu studieren, weil du dafür die nötige Kraft nicht hattest, dafür hättest du an, äh, einer Realschule oder ein Gymnasium besuchen müssen, ja, und, ähm, ähm, dir fehlt die köpfliche Kraft, um sowas, äh, zu schaffen zu können, ja. Also, was bleibst du? Verlierer, ja. Bleibst auf der Strecke. Die Elite ist ja sowieso nur das, 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 die Elite ist einfach nur, einfach nur eine Machtausübung, ja, um den Menschen zu benutzen, einfach nur eine Machtausübung, um den Menschen zu benutzen, ja. Als richtiger Anwälter, du hast immer verloren, die sahen immer die Kohle ab und bestimmt immer die Menschen, ja. Die schieben die von A nach B, du bist voll verplant von denen, voll verplant bist du von denen, du hast keine eigenen Entscheidungsrechte, du, wer sagt dir, wer hat, wer, wer gibt den Richter an den Anwalt den Recht, das Recht über dich zu urteilen, ja, du sprichst alles mit deinem Anwalt ab, ja, du gehst zu dem Anwalt, weil du der Behauptung bist, ja, dass der Anwalt ein schlauerer Kopf ist als du, oder du musst zum Gericht, weil der Richter über dich entscheiden muss, weil der Richter angeblich ein schlauerer Kopf ist als du, wahrscheinlich ist er ein schlauer Kopf, er ist schlauer als die Gesellschaft, ja, ist doch klar, wenn er studiert hat, ist er schlauer als die Gesellschaft, dann hat er ein Gymnasium besucht, oder hat er eine Realschule besucht, ja, aber ist das relevant, sich das Recht rauszunehmen, bei anderen zu urteilen, nur weil man ein bisschen schlauer ist, oder was, das ist doch keine Freiheit, was ist das für ein Land, was ist das für ein System, was ist das für ein kranke Welt, Alter, sich von der Elite so zu bestimmen zu lassen, Alter, was ist das, Alter, und ich geh mal nicht davon aus, ja, und Ärzte, Ärzte, das deutsche System, ja, mit den Medien, mit all den ganzen Einflüssen, und all, was auf einen einprasselt, ja, von überall her, ja, Ärzte strukturieren dieses System ein bisschen mit, ja, weil die haben am Ende auch ein bisschen was davon, ich kenne mich nämlich ein bisschen aus mit diesem Scheißsystem, ja, und warum Ärzte ein bisschen was davon haben, das möchte ich euch jetzt nicht verraten, ja, und warum Menschen einsam werden, will ich euch auch nicht verraten, ja, oder einsam werden, ich meine, ich bin einsamer bei mir als andere Gründe, ja, aber ich sag mal, Alter, das ist ja ein verdammten Scheiß-Krankmachersystem, dieses System kann dir die Bienen krank machen, Alter, du kannst an Depressionen erkranken, du kannst, die machen nicht in Knast krank, Alter, das System ist auch, wie gesagt, auch wenn du jetzt nie die Knast hatten würdest, so aufgebaut, dass du irgendwie, weil die Menschen, was aus den Medien kommt, aus dem Fernsehen, die ganzen Berichte, Tatort, dies und jenes, die ganze, die ganze, ganze Scheiße, Berlin, Tödel, Tag und Nacht, gute Zeiten, schlechte Zeiten, unter uns und der ganze Scheiß, der ganze Scheiß, der ganze Scheiß färbt komplett auf die Bevölkerung ab und die Bevölkerung macht die ganze Scheiße nach und lebt im Endeffekt nur im Theater, in dem man sich gegenseitig hin und her schiebt, ja, genauso wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten oder unter uns oder Berlin Tag und Nacht oder sonst irgendwie so eine Scheiße, ja, das färbt auf die Leute ab, die Leute machen den Scheiß nach, Alter, die machen vielleicht nicht das Gleiche, aber ähnliche Sachen, ja, weil es abfärbt, das Fernsehen färbt ab, wenn man die ganze Zeit nur Bibel TV und 10 Gebote und nur sowas predigen würde mit, mit Werte und was weiß ich nicht alles, ja, so Sachen, die ich als Mensch lenken kann, ja, ich kann mich selber lenken, ich bin nicht von den Medien beeinflusst, ja, also, ja, ich bin nicht von den Medien beeinflusst, ja, aber wenn ich diese ganzen Köpfe sehe, ja, sind, äh, alles klar, ein bisschen unterbelichtet, ja, Behinderte halt, ja, genauso wie die ganzen Typen, die auf dem Web zerstört sind, halt, auch Behinderte, Alter, Behinderte Jungs halt, Alter. Deswegen, Fakt ist, ich geh eigentlich zur Elite, ja, aber ich kritisiere die Elite auch gerne, ja, ich gehe gerne in Gefecht mit der Elite, ich lege mich auch an mit der Elite, ja, die Elite hat sich mit mir angelegt, aber ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war einmal, dass diejenige, weiß nicht, vielleicht sehe ich es heute auch gar nicht so, ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich es sehen soll, ja, was der ausschlaggebende Punkt ist, vor allen Dingen für diese ganze Scheiße hier, ja, die dann, die dann jeder sieht, ja, wo jeder sich seine Meinung bilden kann, ja, über das, was ich sage, ja, 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 hier wird nur gefuscht und alles mögliche, das ist alles, ich versuche mir selbst das Beste rauszunehmen, was für mich gut ist, ja, was ich kann, ja, aber erst mal versucht man mich zu stören, wenn man behauptet, ich werde zu schlau, ja, aber ich belehr euch etwas Besseren, ja, ich weiß, ich bin schlau, ich bin schlau für das System, ich bin schlauer wie das System und ich fechte das System genauso an, wie das System mich anfechtet und das System fechtet mich an durch Leuten, die mich anfechten mit dem System, ja, und ich soll am besten aus dem Weg geschafft werden, weil ich etwas mehr in der Birne habe, ja, und dem Widerstand standhalten kann, ja, was mich anfechtet, das kann ich zurücksenden, ja, und lass mich auf keinen Fall ausbrenzen auf meinen Weg, ja, die haben mir nichts mehr zu sagen, Alter, genau so, ja, Soldaten, ja, und deshalb bin ich nicht die Einmalarmee, Alter, komm mal, klar, Alter, dieses System, Alter, ist, Alter, das macht dich krank, das macht dich wahnsinnig, Alter, ihr zerstört euch selber durch den ganzen Medien, Dreckseinfluss, wie zum Beispiel die Kriminal, äh, ihr, äh, was da in meinem Fernsehen läuft, die ganze Scheiße da, Alter, das färbt alles auf die Menschen ab, Alter, hier ist nur noch Theater, überleg mal, wie aggressiv, aggressiv in Deutschland es geworden ist, ja, wenn man einige Jahre zurückbringt, da war es noch lange nicht so aggressiv, ja, auf das Fahrverhalten ist, auf das Redeverhalten ist, alles hat sich ein bisschen verändert, ja, die Leute sind allgemein aggressiver drauf, warum, es ist alles so bestimmt, es ist ein bestimmtes Muster, das ist genauso abgestimmt, dass der Mensch so ist, wie er jetzt ist, so ist er perfekt, ja, und wenn es noch schlimmer werden soll, dann wird es noch schlimmer, und dann ist es wieder so abgestimmt, dass es so sein soll, ja, genau, und es fängt auch an, Menschen kaputt zu machen, Menschen, dass Menschen ausgerechnet werden, alleine gelassen werden, und das weiß ich nicht alles, das ist alles vorherbestimmt, weil die ganze Pisskacke im Fernsehen vorgibt, keiner würde alleine gelassen werden, keine Eltern würden alleine zu Hause sitzen, kein Opa würde alleine zu Hause sitzen, wenn man die Medien so ausstrahlen würde, dass die Menschen mit Zusammenhalt funktionieren würden, aber das System wird so ausgestrahlt von der Elite, dass die Menschen nicht zusammenhalten sollten, ja, sondern sich bekämpfen sollten, weil damit, mit Leuten, die sich gegenseitig bekämpfen, kann man gut arbeiten, die kann man therapieren, die kann man heilen, die kann man eines Besseren belehren, weißt du, ja, da könnt ihr mal sehen, ihr fuck you, Wichser, Alter, ich möchte nicht mehr dazu sagen, ja, ihr wisst nur, ich weiß Bescheid, ja, ihr wisst Bescheid, denn ich weiß Bescheid, ja, wo kommt das Gras her, Alter, bestimmt nicht vom Militär, ne, die Bohlen bringen das auch nicht, die observieren nur, ne, ist klar, ich zieh mir Pepplein durch, ja, Ja.